Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit Middemark auf der nordfrieschen Karte Version 1.2. Keine Ahnung. Schießt mich tot. Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter heute hier am Montag. Für mich ist wieder eine neue Aufnahmesaison. Ich weiß noch nicht wie lange die geht, weil ich mich nämlich gerade auf einen Teamspeak eingefunden habe und der Teamspeak unerwartend leer ist für einen Freitagabend, habe ich mir gedacht, komm, nutze die Zeit, die du hast und fängst schon mal an zu arbeiten. Was ist Phase? Wir wollen das Feld ja hier als Grasfeld umbauen, sodass ich das Feld jetzt erstmal hier nutzen werde, um eben hier Kalk drauf, weil hier muss auf jeden Fall noch Kalk drauf. Sie a problem. Ich muss hier nun mal eben die ganze Technik wieder anstarten kriegen. Äh, nächst passender. Der steht unter Dach. Das läuft auch. Der ist at home. Wo ist der eigentlich? Ach, auf unserem... Äh, ja. Ich weiß es wieder. Genau. Äh, ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Hier so, wir bin hier nun abgeerntet. Äh, da oben wurde gesät, meine Meinung nach. Gedüngt. Unkraut. Ach genau, da wollten wir die Sämmaschine anschmeißen. Wollten wir? Genau, wollten wir. Ich habe letztes Mal hier die Sämmaschine bereitgestellt. Äh, das habe ich auch getan. Habe aber in der Zeit einige Mods mit drauf genommen, äh, und ein bisschen hier geguckt, ein bisschen da geguckt, ein bisschen hier gemacht und ein bisschen da getan. Also ich war wieder fleißig, ähm, und habe, äh, die, ähm, Standard-Maisdrille ausgetauscht, äh, zu einer Mod-Maisdrille. Äh, sonst ist immer noch die gleiche, gleiche Arbeitsbreite, grundsätzlich auch die gleiche. Sie hat nur mehr Funktionen. Im Endeffekt. Ich muss mal eben den Johnny aufhalten. Äh, der braucht nämlich gar nicht zurückfahren, denn der braucht rein praktisch nur den Kalkstreuer eben jetzt gleich dahinter zu machen. Dann fahren wir den manuell da hoch und dann muss man zusehen, wie er fertig wird. Ähm, auf jeden Fall habe ich die ausgetauscht, weil wir ja immer noch am überlegen sind, Pappeln zu machen. Das ist mir jetzt gerade im Kopf geschossen, wo ich, äh, den hohen Geldbetrag auf unserem Konto erblickt habe. Ähm, da wollten wir ja Pappeln machen. Das werden wir auch noch machen, garantiert. Aber dann, wenn Zeit ist. Ähm, denn wir werden jetzt erstmal, hier steht halt die Mod-Maisdrille, ist im Endeffekt genau die gleiche. Die kann halt nur noch Pappeln säen, äh, weil ich da ein bisschen geguckt habe für unsere Pappel-Aktion und so weiter. Da wollen wir uns ja ein Feld, Feld 17, kaufen. Und die soll jetzt auch Pappeln können. Zuckerrohr, Mais, Sojabohnen, Baumwolle, Pappeln. Genau, und das ist halt im Endeffekt das, warum ich mir die jetzt angeschafft habe. Weil die halt im Endeffekt noch dieses Pappeln setzen mit, hahaha, die kann halt im Endeffekt jetzt noch die, äh, die Pappeln setzen. Nur deswegen habe ich mir die eigentlich jetzt gekauft. Oder ehrlich gesagt, ausgetauscht. Die habe ich eins zu eins getauscht. Ähm, weil wir ja jetzt ein bisschen hier vorankommen wollen. Habe ich gesagt, komm, machst du das einfach, tausch die eben eins zu eins. Äh, müssen wir hinten losmachen. Da muss nämlich, hinten muss nämlich Dünger rein und vorne, ähm, sagt gut. Ähm, genau, die habe ich jetzt eins zu eins umgetauscht, sodass ich damit jetzt ganz entspannt, ähm, dann auch die Pappeln machen kann. Ich habe, was habe ich noch mit draufgenommen? Ähm, wir werden uns, ich habe noch einen, einen Häckselvorsatz mit reingenommen, womit wir nachher die Pappeln häckseln können mit unserem Johnny Häcksler. Ähm, da gibt es dann noch einen extra, ähm, da gibt es dann auch noch einen extra, äh, äh, Vorsatz für, den habe ich mir auch gekauft, äh, also nicht gekauft, noch nicht gekauft. Den habe ich mir erst mal nur mit als Mod mit draufgenommen. Sonst, was habe ich noch mit draufgenommen? Ich habe eine, äh, 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 nixer. sehen. Im Endeffekt habe ich halt eine... Ich muss mal ganz kurz... Ich habe viel zu viele Handys. Genau. Habe ich den Faden verloren? Schön. Habe ich jetzt den Kurs geladen? Ne, habe ich nicht. Den Kurs will ich haben. Düngen, Säen, Erste, Mais, Abfahrung, Entschuldigung. Ah doch, Kurs habe ich doch drin. Wie gesagt, ich habe halt dann heute Abend schon mal... Ich habe den Faden komplett verloren, ihr merkt es gerade, oder? Ich nämlich auch. Ich habe neue Mods mit draufgenommen, um halt im Endeffekt nachher hier alles für die Pappeln besser vorzubereiten. Ja, sodass ich halt im Endeffekt halt die Pappeln soweit schon mal vorbereitet habe, dass hier alles 1a läuft. Was zumindest das hier läuft. Wir werden jetzt hier ganz entspannt abernten. Dann kommt hier ebenfalls noch Weizen drauf. Das werden wir ansäen. Sonst müssen wir mal gucken, ob wir dann, denke ich mal, nachher schon Zeit haben, die Pappeln zu setzen. Da müssen wir gucken, ob wir die Maisdrille dann überhaben. Da glaube ich doch nicht dran. Ich gehe spontan davon aus, dass wir das heute gar nicht mehr schaffen, zeitlich. Da müssen wir auch mal gucken im Endeffekt. Nicht wundern, falls die Aufnahmen videotechnisch heute, morgen, diese Woche ein bisschen anders sind. Ich teste mal heute ausnahmsweise mit OBS ein bisschen aufzunehmen. Genau, das teste ich heute einfach mal, weil ich halt Lust drauf habe. Wo ich jetzt gerade daran nachdenke, ob ich das Fahrzeug reparieren lassen soll, sage ich jetzt einfach mal erstmal nein. Ich habe nämlich ein Mod oder ein Skript mit drauf genommen, der uns ab um 0 Uhr alle Maschinen, die bei uns im Fuhrpark sind, repariert. Weil ich halt diese Reparieren etwas lästig finde. Na gut, wenn wir jetzt mal zwischendurch am Ernten sind, die Maschine ist total schlecht, weil die jetzt hier schon stundenlang gelaufen hat, dann ist klar, dann reparieren wir die. Deswegen will ich den Punkt da auch nicht entfernen. Aber jetzt aktuell will ich halt da noch nicht viel mehr machen. Deswegen lassen wir die mal so stehen. Da wird die Abrechnung jetzt beim ersten Mal relativ hoch. Aber im Endeffekt kriegen wir das, denke ich mal, auch wohl hin. Wir schnappen uns jetzt mal eben den Kalkstreuer und fahren hoch zu Feld 8. 8 ist das, glaube ich, genau. Genau, da werfen wir dann mal ganz kurz eben den Kalkstreuer an. Dann läuft das nämlich auch schon. So, dann habe ich vielleicht überlegt, machen wir noch ein paar Aufgaben, also noch ein paar Verträge, ein paar Lohnarbeiten. Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich zu tun habe heute alles. Da muss ich gleich noch ein bisschen reingucken. Denn heute Abend, dadurch, dass ich jetzt relativ spontan angefangen habe, kommen nämlich schon mal ein, zwei Folgen auf. Weil ich noch nicht weiß, wie der Samstag wird. Der Samstag soll relativ regnerisch sein. Habe ich zumindest gerade im Wetter geguckt. So, dass es auch nicht viel zu tun gibt für mich morgen, Samstag. Aber komm, ich war jetzt gerade etwas überrascht durch die doch relative Leere auf dem Teamspeak, wo ich gerade mich eingefunden habe. Dass ich erstmal gedacht habe, komm. Genießen wir die Ruhe und fangen dann mal eben ein bisschen was Positives an. Feld, acht Vorgewendebahn, zwei, weich. Überlappung, 18 Meter, Feldkurs generieren, zurück, ersten, einfach einschalten und gipi. Jetzt dreht er nochmal. Genau. Ach komm. Testen wir das ganze Spektakel mal. So, wenn das Feld kalken, dann kommt hier einfach Gras drauf. Weil ich Gras auf Dauer mehr brauche. Ich will mehr Tiere machen. Ich will mehr hier, ich will mehr da. Es fehlt uns wahrscheinlich auf Dauer am Gras. Gehe ich spontan davon aus. So, hier ist der auch schon fertig. Habe ich eigentlich einen Schlepper über mit Sämaschine? Ja, habe ich. Den Fendt, äh, den New Holland, mein Gott. Den setzen wir dann schon mal unten an. Für Feld 15. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, ob das auch das Richtige war. Oh, war's. War's, war's, war's. X, nächste, erste, Weizen. So, aber dann kann das nämlich schon anfangen. Ach, immer das gleiche, was ist denn? Er ist denn? So, das ist ja. So, wenn das nicht. So, das läuft. Habe ich nicht irgendwo den Schneidwerkswagen hingestellt? Oder habe ich da wieder irgendwo verschlafen? Egal. So. Ich habe noch, wo wir jetzt gerade wieder bei den dreckigen Maschinen sind, es ist vor ein paar Tagen. Lass es jetzt schon, wenn ihr die Folge seht, eine Woche her sein. Ganz grob, ich weiß es einfach nicht mehr. Da gibt es einen neuen Mod und zwar eine Waschanlage, eine platzierbare, die ist mega cool. Habe ich eigentlich auch mit drauf genommen, ich habe sie nur gerade nicht gefunden. Warum dreht der Johnny durch? Ach, was macht denn der da hinten schon wieder der Affe? Da muss ich aber mal ganz kurz eben hier meine Kurse anmachen. Achso, genau. Oh. 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 Bye. Bye. we did anything spectacol fährt der abwärts den kurs einfach nur ab oder macht er tut er warum hat er auch zwei kombinierte kurse das ist doch total dumm was ist das denn hier fällt acht fährt 9 kommen gibt noch mehr eben hier kommen wird 14 so zack das x gut aber ob er läuft morgen sehen wir dann ich bedanke mich bei euch erstmal ganz herzlich fürs zuschauen wir sehen uns mal wieder weitere folgen frischemach bis dann danke tschüss